Herzlich willkommen hier in Rüdershof bei der Ackner Gruppe. Heute mal ein neues Projekt aus dem Offroad-Bereich. Wir haben hier einen C6.1 California, 4Motion und meine Kollegen werden jetzt an diesem Fahrzeug einen Unterfahrschutz montieren von der Firma Cycle. Der Unterfahrschutz ist aus 5mm Aluminiumblech, Passform genau für dieses Fahrzeug und schützt Motor und Getriebe natürlich, wenn das Fahrzeug mal im Offroad-Bereich unterwegs ist. Der Unterfahrschutz Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Markus und Micha haben den Unterfahrschutz fertig montiert, Auto ist fertig, abholbereit für den Kunden. Wir wünschen unseren Kunden viel Spaß mit dem Unterfahrschutz, viel Spaß in Skandinavien im Urlaub. Vielen Dank für den Auftrag. Wenn jemand von euch Interesse hat oder Informationen braucht, könnt ihr euch gerne an mich wenden. E-Mail-Adresse und Telefonnummer blenden wir dann unten mit ein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.